In diesem Video geht es um die Flächenberechnung bei einem Quadrat und beim Rechteck. Zuerst einmal zur Wiederholung. Ein Quadrat hat vier Eckpunkte, a, b, c, d und vier gleich lange Seiten, die hier mit s bezeichnet sind. Um jetzt die Fläche berechnen zu können, müssen wir natürlich wissen, wie lang die Seite in Wirklichkeit ist und dass wir uns leichter tun beim Fläche berechnen, unterteilen wir noch unser Quadrat. Die Seitenlänge unseres Quadrates ist 4 cm, deswegen unterteilen wir unser Quadrat jetzt der Länge und der Breite nach jeweils in Vierereinheiten. Das heißt, wir haben hier vier Kästchen und hier vier Kästchen. Jetzt schauen wir uns an, wie man die Fläche berechnet. In der ersten Zeile, in der ersten Reihe, hast du vier Kästchen. Eins, zwei, drei, vier. Dasselbe in der zweiten Reihe, in der dritten Reihe und in der vierten Reihe. Jeweils vier Kästchen. Wir haben also insgesamt vier Reihen mit je vier Kästchen. Die Formel für die Fläche beim Quadrat schaut es folgendermaßen aus. Groß A steht für die Fläche, ist gleich Seite mal Seite. Nachdem unsere Seite vier Zentimeter lang ist, setzen wir es in die Formel ein. A ist gleich vier mal vier und vier mal vier ergibt 16. Und die Einheit für die Fläche ist in diesem Fall Quadratzentimeter, da ja unser Quadrat als Seitenlänge die Einheit in Zentimeter gegeben hat. Das wäre schon für das Quadrat. Das Ganze funktioniert beim Rechteck ziemlich ähnlich. Ich würde sagen, wir schauen uns das trotzdem an. Wieder zur Wiederholung. Unser Rechteck besteht aus vier Eckpunkten. A, B, C, D. Und die Seiten sind bezeichnet mit Länge und mit Breite. Die beiden Längen sind gleich lang und liegen einander gegenüber. Und die beiden Breiten sind auch gleich lang und liegen einander auch gegenüber. Um die Fläche berechnen zu können, machen wir das jetzt genau gleich wie beim Quadrat und teilen das Rechteck einmal wieder in unsere Kästchen ein. Unser Rechteck ist jetzt sechs Kästchen lang und vier Kästchen breit. Also sechs Zentimeter und vier Zentimeter. Wir haben also hier jetzt vier Reihen mit jeweils eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kästchen. Gleich wie beim Quadrat besteht eben die erste Reihe aus sechs Kästchen, die zweite Reihe aus sechs Kästchen, die dritte und die vierte natürlich aus. Unsere Formel sieht es folgendermaßen aus. A ist gleich Länge mal Breite. Dann setzen wir wieder ein. Unsere Länge ist sechs Zentimeter, unsere Breite ist vier Zentimeter und sechs mal vier ergibt 24 Quadratzentimeter. Damit du dir das Ganze besser merken kannst, schreibst du jetzt bitte diese Seite in dein Schulübungsheft ab. Ein Hefteintrag mit Überschrift und dann bitte genau so wie hier gezeigt, im linken Teil deines Heftes kommt das Quadrat und im rechten Teil deiner Heftseite kommt bitte das Rechteck. Sollte es noch Unklarheiten geben, bitte im Unterricht fragen. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Mathematikstunde.